jo leute was geht willkommen zurück zu diablo 4 es gibt neue informationen bestätigt vom associate game director von diablo 4 bezüglich der season items und die sind richtig richtig nice das ganze kam über ein tweet auf twitter raus von dem josef ppiora bislang war es ja so oder haben wir gedacht wäre es so dass alle neuen items die mit der season reinkommen nur über den season character erspielt werden können und dann am ende einer season in den normalen realm also in unser normales spiel da wo ich jetzt gerade auch bin rüber kommt aber so ist das nicht laut dem tweet von josef ppiora können werden diese unique items auch sofort im normalen spiel verfügbar sein sobald die season rauskommt und das ist eine mega erleichterung denke ich für viele man kann zwar immer noch kein battle pass mit dem normalen character durchspielen man kann an den ganzen anderen stuff nicht teilnehmen aber zumindest bekommt man die unique items die neu mit der season dazu kommen und das finde ich eigentlich ganz ganz nice das bedeutet also für alle die keine season spielen wollen weil für die season muss man ja komplett neuen character starten können müssen das auch nicht weil wie gesagt diese items auch auf eurem normalen character dann verfügbar sein werden ich denke mal die werden einfach so wie alle anderen items ich weiß auch nicht ob es nur unique items sind ob da neue aspekte oder so kommt das weiß man alles noch nicht was da neu kommt aber alles wird findbar sein auch im normalen spiel durchlauf außerdem war ja vor ein paar tagen patch 1.03 am start hatte ich ja schon ein video zu gemacht kann ich oben noch verlinken was alles neu dazu kam und eine sache wurde kam nicht neu dazu sondern wurde aus dem code entfernt und zwar war vorher schon im code vorhanden ein sogenanntes q level wonach die ganzen fans gesucht haben da gibt es sogar schon discords die sich nur damit befassen diesen dieses q level im code zu finden und die der code war so dass eine quest vorhanden ist die aber nicht aktiv ist wo man bestimmte items sammeln musste die dann zu einem eventuellen q level geführt hätten das ganze wurde jetzt aus dem code entfernt blizzards möchte wahrscheinlich nicht dass die leute hier nach einem cool level weitersuchen finde ich aber ganz spannend dass sowas auch mal aus dem code entfernt wird sonst ist es ja aus anderen spielen wo ich das zumindest sehr keine mit den ganzen data mining und so dass diese sachen halt nicht entfernt werden blizzard macht sich hier die mühe und entfernt diese dinge aus dem code und ja ich bin gespannt ob es da irgendwann mal ein cool level gibt es gab ja auch in diablo 3 ein cool level in diablo 2 gibt es auch ein cool level es gab ja dann gab es ja noch die goblin welt da bin ich gespannt überhaupt was noch kommt in diablo 4 vielleicht sehen wir da auch schon was mit der season lasst mal gerne eure meinung unten in den kommentaren stehen was ihr gerne sehen würdet ein cool level wird mich jetzt nicht so interessieren aber vielleicht trotzdem irgendwie noch mal eine andere region so den himmel fand ich eigentlich ganz schicken diablo 3 fand ich eigentlich ein ganz cooles setting aber ja das gerne like auf dem video da wenn ihr nichts verpassen wollt gerne follow zur season wird bestimmt noch mal einiges an infomaterial kommen und ich sage bis zum nächsten mal leute haut rein